Oh, eine haben wir noch. Ich glaube, ich habe jemanden getötet. Na gut, das bringt dann mal nichts. Dass das funktioniert, frage ich mich auch, wie das funktioniert. Aber wir fangen nochmal an. Weil ich ja noch ein Bömmchen habe und das kann ich da ganz gut gebrauchen. Der pelt auch noch. Boah. So, kann ich den in die Mine reinhauen? Das wäre der Überburner. Aber nur in eine. Schade. Na gut. Ich glaube, hier oben gibt es Bömmchen. Ach, der pennt wieder. Warum hast du dich nicht festgehalten, ey? Okay. Das ist, glaube ich, besser, wenn ich den hier unten einfach so kille. Ach. Ich könnte mit dem eh nichts mehr anfangen. So, Freundchen. Wie kriege ich euch gerettet? Was denn? Das muss dann schnell gehen, ne? Oder einer nach dem anderen. Das ginge natürlich auch. Wow. Okay, hier sind nur drei. Aber drei ist besser als gar nichts. So. Seid ihr hier safe? Ja. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Hey there. Ich meine, wir hätten hier alle gehabt. 43 noch. Letztes Türchen. Oh, hier müssen wir, glaube ich, rennen. Au. Äh, nee, abbrechen. Ah, nee, die sind nur da oben. Okay. Ähm, war der am pennen hier hinten? Ja, der ist am pennen. Das ist schön. So, dann holen wir uns den hier unten. Dann können wir uns einen aneinander runterholen. Dann gehen wir aufeinander oben. So, und der andere könnte jetzt auch noch kommen. Sehr gut. Das war easy. Äh, die können eigentlich hier dran. Ne, ihr könnt eigentlich... Bleibt mal so da stehen. Kommt mal so... Was ich wollte gerade sagen. Nicht schon wieder. Okay. 34. So, ich denke mal, dass wir das jetzt hier nicht... Ah. Na. Ich glaube, ich muss das so weit wie möglich hier oben machen. Ne. Ich möchte eigentlich nur ihn hier töten. Ah, der hat die unten mitgekillt. Durch Kotzen. Alle. Aber... Er ist noch da. So. Tung, 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 tung. Was leuchtet so schön? Ach ja, was liegt der Döns? Oh, der ist noch da. Oh, der ist hier. Oh, der ist hier. Oh, der ist hier. So. Schön. Immer noch keine Toten. Obwohl ich über so viele Köpfe hinweg geschossen habe. Das ist auch schön, dass das so nach hinten transportiert wird. Das schöne Elumfleisch. Naja. Aber Nummer 1 war hier wirklich am ätzendsten. Ätzendsten. Was ein Wort. Mitkommen. So. 26. Hört sich doch gut an. 25 wird mir noch besser gefallen, aber... Man kann ja nicht alles haben, ne? Guck mal hier nochmal auf die Directory. Es sind noch keine Geheimgänge drauf, ne? Aber wir hatten auch keine Geheimgänge. Das ist gut. Ja, da können wir jetzt ins Nächste, ne? Guck mal, so ein Bämmchen. Ich glaube, ich habe noch drei, aber... Man kann ja nie genug haben, ne? Ja, ich hatte noch drei. Das liegt dann noch da oben. Ich glaube, ich habe noch eine Abkürzung zeigen. Ich glaube, ich mache das heute noch fertig. Ich kann auch heute auch noch eine Abkürzung zeigen. Und zwar beim letzten Dings. Beim letzten... Beim Endboss quasi. Wo wir gegen die Zeit handeln müssen. Zum Generator muss er sich schleunigst begeben. Und wenn es das Letzte ist, was er schafft im Leben. Also war... Nicht so toll. Okay. 26. So, dann machen wir erstmal... Das Tier kaputt. Das ist ganz gut, dass wir noch... Keine Minen mehr haben. Ähm... Wir gehen erstmal hier rüber, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu viel sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu viel Sinn macht. Na gut. Ja komm, dann machen wir erstmal das hier hinten. Weil wir kommen eh nochmal zurück. Von daher... Ah, da oben ist übrigens ein Mutlaken. Das ist flick. Dann läuten wir. Ja, drei Stück brauche ich jetzt nicht direkt, aber ist auch okay. Okay. Alter, wie viele waren denn hier? Wie viele waren denn hier? Ah, da hängt er. Hahaha. Das ist lustig. Warum büchst du dich nicht? Aber gut, er wurde nicht erschossen. Das ist okay. Nun. Dann machen wir uns ein bisschen. Das ist klar. Das funktioniert nicht. Okay. Dann machen wir es so. Aber den können wir uns nicht holen. Dann machen wir es so. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Alle noch am Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, was ich hier tue. Nee. Ich brauche nämlich einen Slick. Ich muss das komplett durchschaffen. Dieser Traktor da draußen ist jetzt natürlich noch besser. Ich mach mal das so anders. Ich quatsche erst mit dem hier. So ist gut. Dann kommst du direkt mit. Du Außenseiter. Du bist auch nicht tot. Und der hängt da immer noch. Wunderbar. Alle noch am Leben. So, kann ich mit ihmchen hier die rechten... ...der Restlichen auf der rechten Seite töten? Wenn die mich jetzt nicht gesehen haben. Erstmal vorher schön grüßen und dann... ...ausrasten. Fuck. Warum war ich nicht Speicherstand geladen? Ich wollte eigentlich safen. So. Ich glaube, das kann man auch mit dem Schalter da oben machen. Ja, ich bin so doof. Okay. Okay. Uhhh.